Ich bleib stadthaft, Männer! Ihr dürft nie... ...nemals zuerst schießen! Doch wenn Sie unbedingt in Krieg wollen, lasst ihn hier beginnen! Pitcairn! Auseinander, ihr Drecksrebellen! Legt die Waffen nieder und geht heim! Was zum Koffer macht ihr denn? Eintet eure Position an! Feuglinge! Verrenter! Die kommen nicht zurück, du musst mit denen auskommen, die geblieben sind. Erklär mir nicht, wie ich meine. Schieß zurück! Schieß zurück! Du musst sofort nach Koffer und die anderen warnen. Er wird auf die Namen... ...James Berrett! Jetzt gehe ich schon! Jetzt gehe ich schon! Wir wissen uns, wir haben wenig Zeit. Zusammen bleiben, Jungs, und Schreck halten! Hilfe, was geschieht hier? Raus, alle Mann, flieh! Die Nebengefangene, flieh! Seht, die Rotröcke haben Gefangene genommen. Wir müssen helfen, wir sind auf dem Weg. Bleib nicht! Ich bleibe nicht hier und warte ab, was passiert! Ich beginne von dir! Ich werde probieren. Ich werde probieren. Ich habe eine Überraschung für den Kummerbuckel. Blut wurde vergossen in Lexington. Noch mehr wird folgen. Die Hotröcke kommen hierher. Ach, sag bloß. Was glaubst du, warum wir hier sind? Geh heim, bevor dir noch was zustößt. Ich habe genug Probleme ohne so einen Grünschnabel, der den Helden markiert. Ich bürge für ihn. John Parker ebenso. Wo ist Revere? Gefangen. Was? Keine Angst. Der Mann ist brenzlige Situationen gewohnt. Der kommt klar. Ganz sicher. Genug geschwätzt, die Damen. Parker scheint zu glauben, du seist nicht vollkommen nutzlos. Also schätze ich, es gibt ein, zwei Dinge, bei denen du uns helfen kannst. Wenn der Kampf beginnt, müssen wir diese Stellung halten. Das ist entscheidend für die Verteidigung von Concord. Gute Jungs, aber keine Soldaten. Sie brauchen jemand mit Erfahrung, der sie anführt. Kannst du das für sie tun? Und du sagst besser die Wahrheit. Du hast mein Wort. Dann bleibt uns jetzt wohl nur noch eins. Warten. Sir! Vermannt die Barrikaden! Nein! Meine Männer müssen diese Stellung halten. Wenn die Roten durchbrechen, sind wir dran. Was soll ich dabei tun? Höre gut zu. Die Rotwacke will die Schütze. Ihr Schießbefehl, kurz bevor die Reihe bereit ist. Zu früh und sie verfehlen uns. Zu spät. Und der Feind wird das Feuer eröffnen. Verstanden. Und wenn ein paar der Roten Bastarde durchbrechen, greif sie an. Halte meine Männer am Leben. Das Signal abwarten. Das Signal abwarten. Schieß! Nicht schießen! Los! Macht euch bereit! Macht euch bereit! Das Signal abwarten! Feuer frei! Feuer frei! Vorbereiten! 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 Los! Macht euch bereit! Das Signal abwarten! Schießen! Vorbereiten! Jetzt feuern! Nicht schießen! Feuer frei! Feuer! Vorbereiten! Schießt! Vorbereiten! Jetzt feuern! Vorbereiten! Nicht schießen! Feuer frei! Wartet auf mein Signal! Wartet auf mein Signal! Macht euch bereit! Macht euch bereit! Macht euch bereit! Vorbereiten! Los! Nicht schießen! Das Signal abwarten! Das Signal abwarten! Schießt! Schießt! Wartet auf mein Signal! Schießen! Nicht schießen! Es ist geschafft! Sie ziehen den Schwanz ein! Beebe! Tschüss! Sie schauen! Schießt! Tschüss! Sieh! Doe! Sieh! Sieh! Ich bin! Sieh! Das muss ein Monster sein, der so etwas tut. Wenigstens sind sie fort. Ich hätte ihn töten sollen, als ich konnte. Weißt du, wo Pitcairn jetzt sein könnte? Zurück in den vertrockneten Schoß der Briten, kein Zweifel. Dort formiert er sich neu und plant die nächste Gräueltat. Ich muss ihn finden. Je länger ich warte, desto mehr werden leiden. Kopf hoch, Freund. Viele, die heute sterben sollten, leben noch. Nur wegen dir. Und was ist mit denen? Wir tun, was wir können mit dem, was wir haben. Das ist nicht genug. Das ist es nie. Das ist nie. Bis zum nächsten Mal. Die spenden uns im Momenten im Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020